was geht ab liebe leute und willkommen zur erneuten video auf meinem youtube kanal heute geht es nach paris wir fahren von dem frankfurter hauptbahnhof nach paris east also ich glaube das heißt paris ost und ich habe die kleidung schon an und werde gleich von meinem trainer abgeholt und dann geht die reise los ich bin aufgeregt bin motiviert kann mich erinnern wie es letztes mal vor toki über mir war und ich genieße hier noch mal die aussicht hier in einem auf meinem balkon auf geht's ein und gegen Fiji. Hallo, 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 was ist hier? Steak mit Auberginen und Pizza. Hallo, 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 hallo. Was soll man aufs Zoo eingehen? Was soll man auf den Kilometern? Vielleicht 100 Kilometern Ok Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Danke. Das war gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.